Woche 29 Menschenliebe, Gottesliebe Siegmund Freud glaubte, dass Regungen, die dem Vater gelten, in Klammer Ehrfurcht, Aufgehobenheit, Liebe, Dankbarkeit, irgendwann im Laufe der eigenen Entwicklung enttäuscht und dann mit Hilfe der Religion auf Gott übertragen werden. Denn im Laufe des Erwachsenwerdens entdeckt man irgendwann, dass der Vater für die Ehrung eigentlich nicht wirklich würdig ist, dass er selber Ängste und Sorgen hat und dass er auch gar nicht so mächtig und souverän ist. Da man aber das Aufgehobenheit und das Sicherheitsgefühl beibehalten möchte, projiziert man diese Empfindungen ins Transzendente hinein. So sei, gemäß Freud, die Gottesvorstellung geboren worden. Darin liegt viel Wahres, denn Religion ist effektiv projektionsanfällig. Der innere Weg aber lehrt, dass dieses Phänomen der Übertragung auch umgekehrt wirkt. Leidenschaftliche Hingabe und innige Liebe wurden vom Zielobjekt Gott weg auf geliebte Menschen, Familie oder Partner verschoben, hinüber projiziert, weswegen diese Beziehungen sich wie einen privaten Kult anmuten. Somit wurden intermenschliche Beziehungen zur Kompensation Gottes. Dies kann nur zu einer Überforderung führen, da kein Mensch dieser Sehnsucht gerecht werden könnte. Die Sehnsucht nach Unendlichkeit ins Endliche zu übertragen, führt zu konstanter Unruhe. Alle Situationen der irdischen Sphäre vermögen die Sehnsucht nach Raser, in Klammer liebevollem Austausch mit Gott, nie zu tragen oder nur annähernd zu erfüllen. Ich glaube, dass in dieser Überfrachtung der Welt die eigentliche Tragik ruht. Wir suchen das Ewige im Zeitweiligen, Bestand im Flüchtigen, Substanz im Schatten. Seit Äonen schaut mir Krishna in diesem furchtlosen Mühen irgendwie traurig zu. Er sieht, wie wir die sinnlose Verweigerung zum Glück in uns tragen. Die heilige Hoffnungslosigkeit, das heißt, die Hoffnung gehen zu lassen, dass diese letztliche Sehnsucht von der Welt her, vom liebevollen Austausch zu den Menschen und von all den Schönheiten in ihr erfüllt werden und einem wirkliche Erfüllung schenken könnte, ist ein wesentlicher erster Schritt des inneren Weges. Die Partnerschaft und der Menschenbezug ist für viele Menschen eine Art Sinnstifter geworden. Eine Gottsehnsucht wird ins Menschliche zu übertragen versucht. Damit wird die menschliche Liebe heillos überfrachtet. Die Idealisierung der Partnerschaft hat pseudoreligiöse Ausmaße angenommen. Im romantischen Liebeskonzept wird im menschlichen Gegenüber fundamentaler Lebenssinn gesucht und Lebensbegründung verortet. Der innere Weg fordert aufgrund dieser Überfrachtung eine Entmythologisierung der innerweltlichen Liebe. Erst dann vermag man wieder zum Urgrund wahrer Liebe vorzustoßen. Zu einer Liebe, welche immer schon viel zu groß war, als dass man sie nur an ein paar Geschöpfe hätte heften können. Zu einer Liebe, welche nicht klebt und haftet, sondern sich zum Ewigen hin ausweitet. Lieben aus der eigenen Überfülle heraus, ohne jegliche Erwartung in das Gegenüber zu investieren, zerreißt erst einmal sogenannte Abhängigkeitsbeziehungen, symbolische Verstrickungen oder narzisstische Komplementärbeziehungen. Das Bhagavatam umschreibt Bindung nicht als einen passiven Prozess, in welchen man einfach ausgeliefert ist, sondern als eine eigene getroffene Entscheidung, Gewogenheit und Liebe in die Personen und Objekte seiner Umgebung zu investieren. Was die Bindung verursacht, ist die direkte Hinwendung seiner Selbst zu diesen Objekten der Zuneigung. Doch die uns als Seele angemessene, ungebundene Freiliebe zielt auf Ratha Krishna und überfließt von ihnen dann auf alles von ihnen Geschaffene hinzu, verliert sich aber dadurch nicht an Anhaftungsobjekten der Schöpfung. Denn Liebe aus dieser Überfülle des Gottbezugs bedarf nicht des Geliebtwerdens durch Artgenossen. Dies mag dem denkenden Geist erst einmal gänzlich fremd erscheinen, weil er in der Geschichte der Welt erlebte, dass man geben muss, um zu bekommen, zu lieben, um geliebt zu werden. Es war ein Tauschgeschäft von Zweckbeziehungen. Doch im Inneren Fallenlassen an Ratha Krishna, die das einzige Zielobjekt der Liebe darstellen, kennt man nur noch das vollständige Geben ohne jegliche Gegenerwartung und erfährt dabei nicht die ängstliche Bitterkeit eines ausgebeutet Fühlens, sondern die Überfülle. Die Unterscheidung zwischen Liebe, die auf Gott gerichtet ist, und Liebe, die sich in die Schöpfung hin verstreut, stellt eine wichtige Essenz im Inneren Leben dar. Wenn man menschliche Liebe als Verweis auf die göttliche Liebe versteht, auf den ewig bestehenden Liebesaustausch zwischen dieser individuellen Seele mit Gott, dann überfordert man die menschliche Liebe nicht mehr mit eigenen Erwartungen und Erfüllungshoffnungen, welche diese nie erfüllen könnte. Alles Vergängliche und Begrenzte möchte eigentlich auf die grenzenlose Liebe hinweisen, die jeder Mensch im Grund seiner Seele erahnt. Bleibt man aber im Begrenzten stehen, erfüllt sich ihr Potenzial nicht, und man bleibt unruhig. In dieser Welt ist Liebe zu Menschen einfach nur eine flüchtige Begegnung im Transit. Wir alle sind Passagiere im Abteil eines Zuges. Auf der Reise steigen wir mehrmals um in verschiedene Züge. Für ein paar Kilometer steigen dann noch andere Passagiere ins Abteil ein. Während der Fahrt steigen einige wieder aus. Neue Mitfahrer steigen hinzu. Nach einiger Zeit muss auch ich den Zug wieder wechseln und trete in ein neues Abteil mit anderen Reisenden ein. All die Menschen, die man seine Freunde, Familie, Kinder und Partner nennt, sind nur die momentane Abteilsgemeinschaft. Wir sind alle nur fremde Reisende durch die Fremdheit der Welt. Den Zusteigenden nennt man den Neugeborenen. Der Gestorbene ist derjenige, der aus dem Zug aussteigt. Dass man die Momentansituation der beziehungslosen Reisenden als feststehende Umgebung, als seine Familie, Sippe oder Nation betrachtet, ist nur das Wirken der erstaunlichen Kraft Mayas. Prema, Gottesliebe, fließt natürlicherweise als Zuneigung auch zu allem hin, was mit Ratha-Krishna in Verbindung steht, auch zu allen Geschöpfen. Dass sie aber das Ausfließen der Gottesliebe ist und nicht der Primärbezug zur Mitgeschöpflichkeit, bleibt sie frei von der Anhaftung an ein einziges Wesen. Das schwache Selbstgefühl will ein Mitwesen für Eigeninteressen einspannen und gebrauchen. Der wache Mensch will aber nur noch freudig, schenkend lieben. Wie oft verleugnet man aus vermeintlicher Liebe heraus die Wahrheit? Das, was sich als angebliche Liebe ausgibt, ist eigentlich die Eigensucht, die in sich keinen Eigenwert hat und deshalb nach der Stabilität im Außen schnappt. Das Sicherheitsbedürfnis der Eigensucht ist nicht Liebe, sondern Anhaftung. In dieser Welt erscheint es so, als wären einem gewisse Personen sehr lieb, aber es ist nur aufgrund der Gegenwart des Atmer, der ewigen Seele, das etwas anziehend erscheint. Sobald diese Seele den Körper verlässt, wird auch langsam die Erinnerung an diese Liebe entschwinden. Der Grund, weshalb irgendeine Seele anziehend wirkt, ist nur, weil Krishna die Seele einer jeden Seele ist. Deshalb ist Anziehung zu Krishna die natürliche Funktion der Seele, die man wieder erfährt, wenn die Umhüllungsschicht des Vergessenwollens sich lichtet. Prima, die brennende Gottesliebe, kann man auch nicht als Liebe übersetzen. Denn sie ist so gänzlich anders als die Zuneigung und Anhaftung zu anderen Menschen, die wir als Liebe verstehen. Prima ist Krishnas eigene innere Kraft, Svarupa-Shakti, die sich im Bhakta als Bhakti auswirkt. Die ununterbrochene Haltung, ihm um seinetwillen zu dienen, ohne jegliches Augenmerk auf das eigene Wohl oder die Unbehaglichkeit lenken zu können.